hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble ich bin NotWiOFDiagnachendTicket und heute habe ich das spiel AFK Arena ich starte das spiel ich habe schon heruntergeladen meinen eigenen Account gefunden und jetzt muss ich nur noch einmal starten Sound habe ich glaube ich an ich schaue mal nach habe ich da eine Beschwerde bekommen bei AFK ich glaube nicht bei AFK war ich nichts zu wenig Warnung Beschwerden habe ich keine bei AFK dann geht es jetzt los schon ewig nicht mehr ein gespielter spiel das mal alles nehmen einsammeln dann haben wir noch überall rote punkte überall das nehmen wir das nehmen wir das nehmen wir eine tasche erst mal die Drohnen alle aufmachen Da sind noch Truhen, was brauche ich davon, in der Truhe eine andere Truhe, lol, oder hier auch, das ist ja witzig, ich weiß nicht, wofür man die braucht, keine Ahnung, nehmen wir die hier, dann kann ich Leute gleich beschwören, gut, dann haben wir noch diese Truhe, auch hier, zehn Stück, und da nehmen wir einfach mal, ich weiß nicht, ich müsste jetzt nachschauen, aber ich habe keine Lust nachzuschauen, ich glaube grün habe ich, ne, die müsste ich am wenigsten haben, die gelben, aber ich glaube, die hatte ich alle. Alles einsammeln, ist der Stab gelaufen, ok. Freunde. Freunde. Schools. Du kannst. батal spricht. Okay. Okay. Gut, dann haben wir jetzt sehr, sehr viel doppelte Helden. Und noch ein Geburt. Ach ja, hier unten. Okay. 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 I'm coming for you. I am stronger in death. I'm coming for you. You are either brave or stupid to face. I am stronger. Hahaha. Let's go to the small foreskin. Nobody can see me. I am coming. You are in the rain. Or I am stronger. I am stronger. I am coming. I am coming. I am coming. You are either brave or stupid to face me. If you dare stand up so it begins. I am coming. I am coming. You are either brave or stupid. If you dare stand up so it begins. I am coming. I am coming. You are either brave. You dare stand against. I hear. Do you like my shiny gun? I am the heir of Ashenlight. I am the heir of Ashenlight. You are evil. I... Do you like my shiny gun? I am the heir of Ashenlight. gleich bin ich schon bei meinen kleinen schwachen also jetzt sind erstmal die level 1 alle dran die müssen jetzt so alle hier schon diese verbesserte form aber auch noch level 1er und da sind die epischen da geht es dann los da geht es dann los jetzt kommen schon ein bisschen stärker ran ja und nächste runde fangen wir an mit denen die ich gelevelt habe wieder einigen schwimmen ist cool ist zwingend jetzt kommen die 80er langsam dran aber nur langs ja ich glaube die 80er werden auch erst noch sterben waren zu viel schwache leute noch dabei gewesen ich habe die super fähigkeit gar nicht angeschaltet gehabt deswegen sind sie auch gestorben die 80er ok dann mal was für alle leute ich nehme einfach von links nach rechts was mit alle steht als erstes außer wenn was stärkeres bei ist wie wie etwas episches oder legendäres dann werde ich das natürlich erst nehmen doppelte geschwindigkeit und autokampf da ein ja es ich Das war's. Oh, gleich ist der erste Dorn bei mir. Alle. Deswegen fang ich immer mit die schwächsten Leute an. Damit die erstmal so weit wie möglich kommen und die starken Leute immerhin noch ihr Leben behalten. Bis ich sie halt brauche. Und der erste ist... Die zweite Dorn. Dritte Dorn. Vierte Dorn. Da muss ich die jetzt nach hinten packen. Heiler. Fernkämpferin. Ist eigentlich eine Nahkämpferin, der aber auch... Lass mal so. Passt schon. Oder? Ja. Oh, mein Tank ist da. Ja. 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 Ich probiere immer zu kämpfen. Also... Da. Eine meiner wenigen... Weißen. Einen... Den habe ich noch. Das war's dann. Die zwei. Die farbe lila habe ich gar keinen. Dunkelheit oder wie das da heißt. Oh. Die Spinnlady ist down. Und das war... Ich weiß nicht, war's auch ein Fernkämpfer? Ich glaube es war ein Fernkämpfer. Magier war's. Was? Ich bin nicht mehr. Den hab ich ja doch alles richtig gemacht. Was? Was? Den hab ich ja doch alles richtig gemacht. Boah. Was? Was? Alles überlebt! Nice! Dann lassen wir uns mal wiederbeleben Ah, der Level 1 war ja klar Hätte ich mal lieber den Brunnen genommen, dann wenn die Hände, die ich gerade hatte, Hätten sie mehr Leben gehabt. Naja, was soll's. Guck mal, die heilt sogar den Gegner hoch. Und die Zeit ist um. Floral. Aber sie lebt noch. Hm, sie lebt doch nicht mehr? Ne, sie lebt doch nicht mehr. So, am besten. Okay. Okay. Jetzt sind wir in der nächsten Runde. Ah, da werde ich nicht mehr weit kommen. Hm, ich hab nur noch 10 Helden. 9 Helden. 6 Helden. 5 Helden. Hm, das ist ein A-Kämpfer. Dunkelheit. Ich hab hier doch welche in der Dunkelheit. Ich hab hier doch einen A-Kämpfer. Ich hab hier doch auch mal einen A-Kämpfer. Ja, wir sind da. Und was ist das eine? Oh, abgeschafft, was legendäres, super, jetzt muss ich kämpfen, ich hab nur vier Leute. Oh, drei, drei und tausend. Gut, weiter geht's. Warum lädt das so langsam runter? Hm. Ich bin stärker in der Tod und in der Leben. Ich bin der Heir von Ashen. Ich bin der Heir von Ashen. Ich bin der Freude wieder, mein Freund. Ich bin der Freude wieder, mein Freund. Ich bin der Freude. Hab ich die hier noch irgendwo? Hier, den habe ich doppelt. Warum habe ich den doppelt? Okay. Haben wir die hier noch irgendwo, die Sphinx? Sieht nicht da noch aus. Okay. Okay. Oh, das ist eine Art von Grut. Okay. Okay. Den haben wir, habe ich gesagt. Den haben wir auch. Den haben wir da oben. Die haben wir auch da oben. Der Tiger. Oder nur noch besser gesagt. Oh. Keine Energie mehr. Na gut, da hätte ich sowieso noch die beiden, die ich sowieso schon oben habe. Also, das ist nicht ganz schlimm. Der Dunkelwald. Was kommt da? Der Quest. Leuchtet immer noch Dunkelwald. Was habe ich denn hier noch? Ich sehe nichts. Kein roter Punkt. Gehen wir weiter. Da. Gilde. Badakti German. Da sind wir drinnen. Gildenjagd. Und. Angriff. Wir greifen an. Mit die beiden. Mal mal. Da ist einer. Den habe ich nur auf Zeit für drei Tage geschenkt bekommen. Geliehen bekommen. Geschenkt. Für drei Tage geliehen bekommen. Und weil er mir gefällt, kann ich den dann mit Geld kaufen. Oder auch für frei spielen. Ich glaube, das weiß war bei mir hier zwölf Toner. Ich wünsche mal 15, 16 Toner. 17. Drei Toad. Drei Toad. Ich habe es noch nicht einmal bis zum Ende der Zeit geschafft. Lass uns doch mal einen neuen zu tun. Hm. Und gleich nochmal. Was? Sen. Jo, dann ist es nicht. Schaut weiter mit Biotech. Ach, ich sagte, da gibt es einen stärkeren. Ich habe die hier nicht. Warte, wenn ich den benutze... Nein. Tempel des Aufstiegs. Wollen wir mal schauen, dass wir ein paar Leute... Aufstieg. 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 Da, den habe ich auf das. Aufstieg. 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 Das ist sowieso in zwei Tagen weg. Da habe ich zwei Stück von... Die kann ich nur einmal... aufstieg. you to see. aufstieg. aufstieg. oh. Ja, genau. das passt. episch. ... dududu, dudu. wu uu. den kann ich zwei mal... ...ah. drei mal insgesamt aufsteigen jawohl der geht auch noch mal und dann kann ich ihn auch als episch machen das 80er der leute 1 und der leute 1 zack ich bin nach der 100 sachen angehabt nein 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 ach der hat schon hier die dingens bummens bummens zwei 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 davon geht keiner mehr die werden zwar angezeigt dass ich da noch was machen kann dann müsste ich den und noch zwei und wie gesagt so was mache ich nicht gerne müssen immer dieselben sein die koreaner spielen das spiel sehr gut die koreaner 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 mal koreaner koreaner Schuss! Oah! Schuss, Boss! So, einfach da eindrücken. Ich habe 24, also ich kann 24 beschwören. Oh, den habe ich dir. Okay. Sind sich so alle gesperrt, geht nur die Einer. Oh, ich habe 10 Herzen. Ich kann einen beschwören mit den Herzen. Oh, den habe ich schon. Keine Rakete. Für normale Rakete gebe ich mir auch für das nächste Mal. Gut, gut, gut. E-Mail. Na, erstmal mache ich jetzt hier wieder den Aufstieg. Da geht ja bestimmt wieder was Neues. Der Baum, der Baum, der Baum, wo ist der 80er Baum? 80er Baum, 80er Baum, hey, wo ist der 80er Baum? Ach, da ist er. So, ein Mist. Die Kuh, die geht zum Aufsteigen. Oh, der geht auch zum Aufsteigen. Bam Bam. Kann ich den noch weiter aufsteigen? Nee. Oh, die geht auch. Gut, gut, gut. Jetzt haben alle hier diese goldene Kante. Die Kuh habe ich hier zweimal. Das war es. Die Assessinien habe ich zweimal. Das war es. Den habe ich auch nur zweimal. Den habe ich einmal. 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 Zweimal. Zweimal. Einmal. Einmal. Der war zweimal da. Zweimal war die auch da. Einmal. Einmal. Ne, auch zweimal. Der war zweimal da. Zweimal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Habe ich den jetzt noch? EPs um den weiter auf 80 aufs Null? Nein, habe ich nicht. Schade. Schade. Ich muss hier mal was ändern mit die 80er. Das war doch Handelscharp. Das war doch hier irgendwo gewesen. Gasthof zur Eiche. Nein, das war das nicht. Bild, Bibliothek, Aufstieg. Ah, das war das. Genau. Also, erst mal sortieren. Nein. Wie kriegt man die wieder weg? Wie kriegt man die wieder weg? 17 Leute kann ich einladen, da drin. Na, okay. Ich glaube, da ist was falsch gemacht, oder? Oh, jetzt geht gar nichts mehr. Gut. Jetzt sehe ich meine wahren 80er. Das sind die hier. Okay, der ist nur geliehen. Der ist sowieso weg. Und die hier. Neun Stück habe ich. Die anderen 80er. Die anderen, die 80 waren. Sind Level 1. Level 40. Das war's. Gut. Dann werde ich jetzt mal sagen. Und das war's für heute. Naja, schon lang genug. Ah, ich mach nochmal einen Kampf hier. Der kommt weg. Und darf ich nochmal... Schauen wir mal nach. Na ja, geschafft. Gut. Dann war's das jetzt für heute. Eine Quest hab ich fertig. Ah. Da fehlen noch 10 Punkte. Warte, das machen wir noch. Verbessere eine Ausrüstung einmal. Äh. Werte eine Ausrüstung an hier. Verbessern. Automatisch bestätigen. Okay. Subi. Dann war die... Tagesquest auch voll. Ich kann zwar noch 3 machen, aber... Wofür? Ich hab ja das Ziel erreicht. Sogar schon fast die Hälfte von... ...des Wochenziel. Cool. Da ist ein Angebot. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Auf die... ...dates Ladennämmungen. Und Bänder spiel. Und ich sage... Danke schön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nächstes Mal was seid. Bis dahin. Wünsche euch viel Spaß. Ich möchte das Ticket noch holen. Ticket, ticket, ticket. Und auf Wiedersehen. Tschüss.